Hallo, hallo, ich grüße euch. Ich sage euch, wie Sie mit uns geht, die Hintergrundfarbe enden können. Also wir öffnen eine neue Datei und dann kann ich euch zeigen. Und zwar, wenn Sie die Hintergrundfarbe enden wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder drücken Sie sofort hier und dann können Sie einfach Ihre Hintergrundfarbe hier suchen. Was für eine Farbe? Sie haben zum Beispiel eine gelbe Farbe, können Sie zum Beispiel nehmen. Und das wird wieder einfach hier unten zugewiesen, wie Sie einfach auch sehen. Oder Sie können zum Beispiel eine andere Farbe, also momentan sehen Sie in C, N, J, K und von daher können Sie verschiedene Farbe einfach auch suchen. Natürlich können Sie auch diese tollen Sachen einfach hier hin und her bewegen und enden, um Ihre bestimmte Farbe zu suchen. In C, in Y können Sie auch genauso eine Farbe auch suchen und in M können Sie auch genauso. Also, also, und in C können Sie auch genauso auch eine Farbe auch suchen, wenn Sie euch am besten zum Gefühl haben. Wenn Sie schon die Farbe gefunden haben und das Wett steht hier einfach hier unten, dann machen Sie einfach zu. Dann können Sie einfach Arbeit anfangen zu arbeiten. Und hier unten haben wir auch unsere Farbe, Sie können auch zum Beispiel auch ändern, wie Sie einfach wollen. Und wenn Sie ändern wollen, dann drücken Sie einfach noch hier. Und momentan sehen wir bei Inscope die Farbe. Und von daher können Sie einfach auch ändern. Sie können zum Beispiel Auto drücken und sofort wird einfach eine automatische Farbe hier gewählt. Zum Beispiel, wenn ich hier drücke, einfach etwas hier zeichne und die Farbe wird einfach, ja, Sie sehen, was Auto ist. Und dann können Sie einfach auch ändern, zum Beispiel Android-Icon-Palette, da können Sie auch drücken. Und Sie können auch hier verschiedene Palette einfach sehen. Und die Palette können Sie auch umenden, indem Sie zum Beispiel die Größe, momentan es ist bei Groß, Sie können zum Beispiel Mittel sagen. Und jetzt sehen Sie, es hat sich einfach geändert. Und Sie können auch zum Beispiel auch sagen, Sie wollen die Breite auch ändern und es wird nur auf Breite oder Mitte einfach so geändert. Und Sie können auch die Rahmenfarbe auch ändern. Sie können zum Beispiel sagen, es wird auch breiter und so wird es einfach sein. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, viele tolle andere Umstellungen, Farbe und Palette hier zu haben. Also wir haben sehr verschiedene Farbpalette, Kacke zum Beispiel, können Sie auch haben. Sie können auch zum Beispiel Ubuntu auch auswählen und die Farbe wird einfach ziemlich lang. Sie sehen schon, was für eine Farbpalette wir da haben und von daher hier verschiedene Modelle. Und Sie können ihn und hier einfach ändern und die Farbe können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Es kommt drauf an, was Sie einfach haben wollen. Und es wird einfach geändert. Und wenn Sie zum Beispiel etwas gezeichnet haben, wie solche Sachen, dann können Sie einfach die Umdrehungen zum Beispiel auch hier ändern, wie Sie wollen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Abweichung einfach auch zu ändern. Sie sehen schon, wie es will. Und so können Sie weitere tolle Sachen einfach ändern oder zeichnen, wie Sie wollen. Und die Farbe können Sie auch natürlich ändern. Momentan, wir können hier mal sagen, wir wollen das in dieser Farbe haben. Und Sie sehen schon, wie es will. Und Sie können auch das zweite hier, auch in die Farbe ändern. Also hier suchen wir nochmal eine andere Farbe, die uns am besten so gefällt. Zum Beispiel die gelbe, ups, ich markiere nochmal, Entschuldigung. Ich markiere nochmal und hier können wir in gelb einfach markieren. Und Sie sehen schon, es ist hier in gelb. Sie können die Beide sogar kombinieren, wie wir einfach wollen. Und von daher können Sie einfach alles machen. Also mit der Farbe, Sie können alles mit der Farbe ändern. Denn Sie können auch hier zum Beispiel diese Objekte, zum Beispiel die Beide Objekte kopieren, wie Sie einfach wollen. Oder Sie sagen, ja, Sie wollen etwas anderes machen. Also man hat so verschiedene tolle Sachen hier. Damit kann man auch zum Beispiel drehen, rotieren, wie man will. Sie sehen schon, man kann tolle Effekte da erzeugen. Und wir haben auch hier im Filter sehr verschiedene Farben und sehr verschiedene tolle Sachen, die wir benutzen können. Ich werde euch in dem nächsten Video genau nochmal erklären, wie das Ganze so funktioniert.